Hallo zusammen, zähle ich euch dann die Schritte zur Choreografie Kodi Go. Es hat 32 Kanons, 4 Bowls und ein Start. Rüberfunk im Nähe. Wir starten mit dem Wien. Side behind, side cross, side rock cross. In den Wien, side behind, side cross, side rock cross. Roller los, side to the wheel, back, side to the wheel, step. Rocking chair, rock, step, back, rock, step. Haube turn, stone forward, stone to the wheel. Step, lock, step. Step, haube turn, step. Step, lock, step. Man, wo, vierte turn. Wollen wir uns? Cross, side, heel, ball. Cross, side, heel, ball. Man, wo, step. Coast, cross. Jetzt haben wir noch die Kante dazu. So, weg. Ticken, ab. Eins und zwei und drei und vier. Fünf und sechs und zehn und ab. Eins und zwei, drei und vier. Fünf und sechs und zehn und acht. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und zehn und acht. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und zehn und acht. Im dritten Durchgang. Hinten wir ein Start nach acht. Wir starten Richtung Umzeiger. Sechs, sieben, sieben, acht. Eins und zwei und drei und vier. Fünf und sechs und sieben und acht. Reistart. Wir starten wieder von vorne. Richtung Umzeiger Sechs. Im letzten Durchgang haben wir ein Sending. Nach acht Kante. Dann sind wir die Drumabox mit einer vierkontrollenden Schritt zur Seite. Wir starten Richtung Umzeiger. Wir starten Richtung Umzeiger. Drei, sieben, ab. Eins und zwei und drei und vier. Fünf und sechs und sieben und acht. Das Ende. Das Ende. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Zeit zu gehen. Viertel Turn. Und Zeit. Seben und Kanzbezug. Seben und acht. Eins und zwei. Drei und vier. Fünf. Ich wünsche Ihnen noch viel Spass beim Üben und beim Ganzen. und zwei und vier. Mann. Wohin. Gar bear. Mach. Wohin. Die. Wohin. Hang. Wohin. Die. Vielen Dank.